Herzlich Willkommen zu einer neuen, Folge Interviews unter dem Turm, beziehungsweise Interviews jetzt im Turm bei regnerischem Wetter aus dem Amateurfunkzentrum in Baunatal. Wir haben Referententreffung hier, der Vorstand trifft sich mit den Referenten und ich habe einen sehr interessanten Gesprächspartner gleich hier, der erzählt uns etwas über die Wächter des Bandes. Ich freue mich, dass Daniel Möller hier ist, Delta Lima 3, Romeo Tango Lima. Hallo Daniel. Hallo Chef, ich grüß dich. Wächter des Bandes, ist das überhaupt korrekt? Nee, überhaupt gar nicht. Das ist ein ganz populärer Irrtum. Bandwacht, das klingt immer so nach Bandwacht und Wächter und Bandpolizei. Wir passen auf, dass sich alle auf den Bändern gut benehmen. Totaler Blödsinn. Im Grunde genommen haben wir mit Amateurfunk, im DRC noch am wenigsten, zu tun. Wir beschäftigen uns mit Bandeindringlingen innerhalb der Amateurfunkbänder im Bereich bis 30 Megahertz. Da haben wir mitunter primärer Nutzung, mitunter aber auch sekundärer. Und gerade in den primären Bändern, da finden sich immer wieder Funkdienste, die da überhaupt gar nichts zu tun haben. Das sind aber keine Funkamateure, das sind Funkdienste. Das sind Überhorizontradare, das sind militärische Systeme, das sind Taxifunk auf 10 Meter, hat bestimmt jeder schon mal irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Das sind so Bandeindringlinge. Und deswegen sind das auf Englisch Intruder. Und deswegen machen wir Intruder Monitoring. Also wir monitoren diese Bandeindringlinge, kooperieren mit der Bundesnetzagentur. Das heißt, wir melden diese Bandeindringlinge der B-Netzer. Und da gibt es dann ein bestimmtes Verfahren und die gehen dann eben auf die Länder zu. Wir reden ja von Kurzwelle, aus denen diese Störungen kommen, damit die dann beseitigt werden. Also wir richten uns in keinem Fall gegen Funkamateure oder gegen Amateurfunk, sind auch nicht die Wächter der Bänder, sondern machen Intruder Monitoring. Und du bist der neue Referatsleiter dieses wichtigen Referates. Aber du machst das nicht allein, oder? Ja, ich habe das 2020 von meinem Vorgänger Wolfgang Hadel übernommen. Und wir sind mittlerweile, da ist schwer zu sagen, ob man jetzt die ganze Übersetzung mit hinzuzählt. Aber wir sind so im Kern sind wir 17, 18 Leute in den Bereichen Monitoring, Analyse, denn manche wissen auch gar nicht, was für ein System ist das überhaupt. Dann haben wir Fremdsprachenübersetzung. Wir haben einen eigenen Peildienst. Das ist auch ein sehr interessanter Bereich. Und diese Dienste, das hört man schon so an der Zusammenstellung, dienen dazu, Informationen zu sammeln, damit wir über einen Intruder mehr erfahren. Denn wenn jetzt irgendjemand den Finger hebt und sagt, im Moment, da haben wir mal komische Signale empfangen, immer so, morgens um 6 Uhr auf 7000, ja, was ist das denn? Ist das wirklich ein Intruder oder ist das vielleicht doch ein Funkamateur, der sich dort verirrt hat? Und deswegen haben wir diese verschiedenen Dienste, können auch digitale Signale mit unserer Mess- und Empfangsstation analysieren, gehen da auch relativ weit in die Tiefe. Und irgendwann haben wir ein Profil dieses Intruders erstellt, weil sich nämlich auch Leute an uns melden, an uns wenden. Also wir haben nicht nur unsere eigenen Mess- und Empfangsstationen, sondern wir haben ein Formular, Meldung, bandfach.de. Kann also jeder Funkamateur, aber auch jedes Nicht-DHRC-Mitglied oder Interessent, kann sich dann an uns wenden. Und diese ganze Information, die verdichten wir und dann sagen wir irgendwann in diesem Profiling, ja, Moment mal, das ist aber wirklich jemand, der hier nicht zu uns ins Band gehört. Da müssen wir jetzt aktiv werden. Und das machen wir dann auch sehr schnell. Mensch, Daniel, das hört sich nach total viel Arbeit an. Und du machst das ehrenamtlich. Wie kommt man dazu, so etwas ehrenamtlich hier im DHC zu machen? Das ist manchmal eine gute Frage. Vor allem, wenn man so einen Bereich aufbaut, gibt es hin und wieder so Peaks, wo man sich denkt, warum macht man das alles überhaupt? Letztendlich ist es tatsächlich das positive Feedback eben auch aus der Gemeinschaft, was man dann zurückbekommt. Es kann manchmal frustrierend sein, aber es ist immer wieder schön, wenn sich dann Leute an einen wenden und sagen, ach, das ist ganz großartig, dass dieser Intruder jetzt verschwunden ist. Oder dass man auch mal eine E-Mail zu Weihnachten bekommt, wie es jetzt zum Beispiel von einigen Funk-Amateuren war, wo man einfach nur las, hey, wir wollten uns einfach bedanken für die Geschwindigkeit, mit der er das gemacht hat, oder für die Gründlichkeit. Oder dass er das überhaupt macht. Das reiche ich dann auch gerne an das Team dann immer weiter. Das ist dann sehr schön. Man macht es dann schon für die Gemeinschaft und ein bisschen Enthusiasmus gehört dazu. Ansonsten würde man das gar nicht bewerkstelligen können. Es hat sich ganz viel getan, seitdem du das Referat übernommen hast. Wir haben gehört, ganz, ganz, ganz viel Arbeit ist da geleistet worden. Aber was interessiert dich, dich, Daniel Möller, als Funk-Amateur, denn am meisten am Amateurfunk? Am Amateurfunk ist es tatsächlich, und da hatte ich jetzt auch letztes wieder einige Diskussionen, am Amateurfunk ist tatsächlich die Völkerverständigung, dass ich mit den Leuten reden kann. Und deswegen ist Contest nichts für mich. Ich hatte gestern Abend noch eine Unterhaltung gehabt mit einem Referenten, der sich gerade mit dem Thema Contest beschäftigt, der also gar nicht verstehen konnte, dass ich nicht auf jede Funk-Kontakte stehe. Und ich erinnere mich immer, ich hatte mit einem Entwicklungshelfer auf Q100, auch in einem Pile-Up, einen kurzen Kontakt, und der war in Burkina-Phase. Und ich habe ihm das durchleuchten lassen und er hat mir dann per E-Mail eine Nachricht geschickt, gesagt, komm doch mal morgen Nachmittag, 14.30 Uhr auf die und die Frequenz. Und wir haben uns anderthalb Stunden über den Entwicklungshelfer unterhalten. Und das war so bereichernd und interessant. Das sind dann so die, für mich, die persönlichen Heilers des Amateurfonds. Und das ist eh mein Steckenpferd. Ja, sehr völkerverbindend und sehr spannend. Jetzt bist du hier auf der Referententagung des DRC. Der Vorstand hat geladen. Was bringt so eine Referententagung denn? Viel miteinander und vor allem Verständnis auch füreinander. Und vor allem finden wir sehr viele Anknüpfungspunkte. Es ist ja nicht so, wie bei vielen anderen im Amateurfonds auch, dass wir alle in derselben Stadtglocken und uns jedes Wochenende irgendwo auf einem OV-Abend treffen. Der DRC ist in seiner Struktur außerhalb der Ortsverbände sehr weit verstreut. Da gibt es zwar die Zentrale hier in Baunertal, die wir Geschäftsstelle nennen, und dann gibt es die Ortsverbände, die sehr lokal sind. Aber viele Dinge sind über das ganze Bundesgebiet verstreut. Und da kommt man nicht mal eben so zusammen. Da gibt es auch nicht den Austausch, dass man jetzt mit 30 Leuten jede Woche telefoniert. Und dieses Referententreffen sorgt für unheimlich viele Synergien, glaube ich. Und wir haben sehr viele Schnittmengen gefunden und eben herausgefunden, in welchen Themen wir effizienter und kostengünstiger vielleicht auch zusammenarbeiten können. Und es ist auch mal schön zu hören, nicht nur was machen die anderen, sondern auch mit welchen Problemen kämpfen die anderen, um dann sein eigenes Leid daran wiederzuerkennen und zu denken. Das war doch ein toller Ansatzpunkt, den könnte ich vielleicht selber auch verfolgen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Minuten genommen hast, hier während der Referententagung für ein kurzes Interview mit uns und bedanke mich ganz herzlich. Ja, super. Ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank. Das war mein Interview mit Daniel Möller, DL3 RTL vom Intruder Monitoring des DRC e.V. Wir haben wieder ganz viel gehört über ehrenamtliche Arbeit. Wir haben ganz viel hochwissenschaftlich und technisch sehr hoch experimentelle Kommunikation gehört. Ich finde es fantastisch, habe mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, um auch mit dem Mythos Bandwacht bei uns aufzuräumen. Und freue mich auf den nächsten Interviewpartner und, dass ihr wieder dabei seid. Und verabschiede mich hier aus dem Turm des Amateurfunkzentrums Baunatal mit VY73, eure Steffi, Delta, Oscar 7, Papa Romeo. Hat dir der Beitrag gefallen? So hinterlass uns ein Like. Möchtest du mehr von uns sehen? Dann abonniere unseren Kanal und möchtest du informiert werden? Dann drücke auch auf die Glocke. 73, dein V.O.